Im Sommer 2020, im August, haben wir eine kleine Wochenendreise zu den Westeräulen gemacht, um genauer zu sein nach Stö. Stö ist ein kleiner Hafenort direkt an der Küste. Was dort sehr zu empfehlen ist, ist die Dronningsroute. Königin Sonja ist diese Route 1994 gegangen und nach ihr wurde auch die Dronningsroute genannt, Königinroute. Die traumhaften Strände, die Berge, das Meer hat uns einfach nur in den Bann gezogen. Eine wirklich schöne Ecke hier. Und der Wohnmobilstellplatz liegt direkt an der Küste. Wir können Stö nur empfehlen. Wir werden auf jeden Fall wiederkommen. Ouminium 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 Ouminium